Keine Kraft! Die Reifen. Ich verstehe. Eine Frage der Dosierung. Eine Frage der Dosierung. Und wie groß sind die großen Maßnahmen? Wir reden über 11 Millionen. Der Obergruppenführer hat seinen Ehrgeiz, Herr Hörmann? Was? Die Endlösung? Irgendeine Frage. Sie setzen sich nicht in Bewegung. Sie werden in Bewegung gesetzt. Aber das Schicksal hat nun mal unsere Generation ausgewählt, diese Aufgabe zu lösen. Das heißt? Fragen Sie den nächstbesten Juden. Wer kennt die Antwort? Welches andere Mittel sollte sonst diese hohen Quoten liefern? Aber bitte glauben Sie nicht, dass ich hier an meinem Schreibtisch weniger leiste, nur weil ich nicht bis zu den Knien dem Judenblut warte. Hinterbrechen.